142 Kilometer muss ich nichts machen. Kannst du das machen? Dann werde ich mal... Hast du überhaupt meinen Kanal abonniert? Ich denke schon, ja. Also wir sind hier noch in der Startsequenz. Also wir sind noch nicht online. Solltet ihr YouTube hier finden? Hast du YouTube speziell irgendwo abgelegt? Ja, stimmt. Irgendwo. Ah, ich auch. Jetzt live ansehen des Podcasts. Das bin ich. Bestellen nicht. Oder? Wolltest du nicht, oder? Ich will nichts bestellen, nein. Aber nicht, dass du fragst. So. Ja. Auf der 44 bleiben wir nicht. Wir sind da. Ich weiß nicht. Schreib doch mal guten Morgen oder so. Ich schreib jetzt mal guten Morgen. Also Sven Frank ist schon aufgestanden. Ja, das ist toll. Ja. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen hier. Ja. Hallo. Willkommen bei Das Lochhaus. Anni und Eva sind unterwegs wieder auf der ED1000. Wir fahren hier mit dem neuen Kia Niro EV. Den Niedelnahme 9. Wie viele Kilometer hat er drauf? 1954. Ja, wir sind ja auch schon 100 Kilometer unterwegs. Also der frühe Vogel fängt hier vor. Wir haben vor heute 1000 Kilometer zu fahren. Von Düsseldorf sind wir gestartet. Wir fahren jetzt nach Le Rue. Le Rue. Wie heißt das? Bei Brüssel. Das ist eine spezielle. Die heißt. Ist auch hier von der Ionity Station. Wo wir einen Photoshop einlegen müssen. Von da aus geht es dann ja weiter nach Holland. Nach in den Niederlanden. Hier. Höchst von Holland. Das ist wohl ein Café. Direkt oben an der Küste. Genau. Wir fahren an den Nordsee. An den Nordsee. Ui, da komme ich so selten. Ja. Und dann wieder über Bielefeld. Also dort sollen wir auch noch aufschlagen. An unserer berühmten Lieblingsladestation in Bielefeld. An der Schellstadtstelle. Genau. Und dann geht es wieder zurück nach Düsseldorf. Genau. Also eigentlich ganz easy, oder? Ja. Total entspannt. Ja. Wir haben jetzt die ersten 126 Kilometer gefahren. Also es sind jetzt noch 874 Fuhren sozusagen. Ja. Und ja. Das ist eigentlich läuft es bisher sehr gut. Wir kommen so rum und durch. Es ist kaum Verkehr. Keine Staus. Keine hoischen Sperrungen. Bisher noch nicht. Es war Holzklopfen. Ja. Wir haben noch Reichweite 230 Kilometer. Und haben noch 150 Kilometer. zu fahren, glaube ich. Und ja. Das einzige Problem, was wir jetzt und gerade hatten, war, dass wir das Ziel nicht in die KIA Navigation eingehen konnten. Weil es ist einfach nicht gefunden worden. Ja. Also die Navigation hat uns heute Morgen eigentlich schon wirklich den... Genau. Eigentlich. Nach uns jemand gestartet und den haben wir später überholt. Also sind wir irgendwie falsch navigiert, wie immer. Wir beide. Klassiker. Ja. Da haben wir. Also die Navigation. Da haben wir ein bisschen. Die haben wir jetzt alternativen Rufenführung am Laufen. Weil das Ziel können wir nicht vernünftig eingeben. Ja. Und die Rufenführung ist... Ja. Mangelhaft. Die haben wir... Ja. Fährt woanders lang. Ja. Wobei... Ich denke mal, ich weiß gar nicht, ob die Tore mangelhaft ist. Ich weiß, es kommt noch ein großes Update von KIA dazu. Aber dadurch, dass das Ziel... Ja. Vielleicht hat man wieder einen anderen... Vielleicht haben wir es einfach noch nicht richtig eingegeben. Ja. Also ich würde das noch nicht so... So abwerten. Nein. Nein. Sondern ich... Lass uns nochmal probieren. Vielleicht... Ich denke oft ist es auch nicht ein Anwenderfehler. Und wir geben den ganzen noch eine Chance. Ja sowieso. Man darf ja nicht vergessen, dieser Wagen wurde uns ja von KIA Deutschland zur Verfügung gestellt. Das heißt also kein Fahrerprofil ist wirklich angelegt. Man hat sich noch nicht mit den ganzen... Also ich mich noch nicht mit dem Menü so auseinandergesetzt. Und welche Einstellungen sind da drin? Was kann man vielleicht noch besser anfassen? Individuell. Das haben wir alle noch gar nicht gemacht. Ja. Warum sind wir denn heute Morgen schon live? Ich muss technisches Equipment ausprobieren. Ich habe hier also ziemlich viel ausgefahren. Und bin hier wirklich schon seit einer Stunde. Arnie fährt hier fleißig alleine Auto und ich tüdel hier was zusammen. Ich versuche mal, ob ich hinbekomme euch zu zeigen, was wir mitnehmen wollen. Also mein Bruder hat das vor. Wir wollen ja zum Nordkap fahren, mein Bruder und ich. Mit noch Begleitung. Und da wollen wir natürlich auch live unterwegs sein. Das wollte ich heute Morgen erst mal zeigen, bevor jetzt nachher die Fahrer-Engine losgehen. Also theoretisch habe ich die Möglichkeit, Bildeinstellungen zu verändern. Die ihr dann auch mitbekommen solltet. Und dann seht ihr jetzt. Es kommt gleich. Ist ja immer ein bisschen Verzögerung. Dann seht ihr, da habe ich also so ein technisches Gerät dabei. Was es mir ermöglicht, so diverse Einstellungen zu machen. Ich weiß gar nicht, hört ihr eigentlich auch Musik die ganze Zeit? Mikros sind sehr leise. Ja. Ich fahre nur. Ich bin nur Fahrerin. Ich kann euch da nicht helfen. Ich kann nicht mal die Kommentare lesen. Ich mache einfach hier so mein Ding und Eva ist mit euch live. Ja, das ist aber nett, dass wir das mal gemeint sind mit Aus-Test. Das ist ja auch wichtig. Es ist natürlich super, wenn ihr Rückmeldungen gebt. So kann Eva natürlich ganz genau wissen, ja jetzt muss ich das machen, das machen, das machen. Ich habe das ganze Gerät noch nicht geschnallt. Und die haben das gestern schon mal ausprobiert. Das sieht aus wie so ein kleines Mix-Gerät. Also so ein DJ-Pult. Irgendwas in der Art. Mit vielen bunten Knöpfen. Hast du toll ausgesucht, Georg. Ja. Wir können da ja dann noch euch natürlich, weil das so toll ist, dann kriegt Georg natürlich. Ein kleines Start. Und dann können wir noch so Spielereien machen gehen. Wenn wir da mal euch ganz langweilig sind. Ich habe das ganze Gerät noch nicht geschnallt. Und habe das gestern schon mal ausprobiert. Und dann geht es wieder aus wie ein X-Gerät. Aber ich glaube, der Fokus ist schlecht. Oh mein Gott, der Fokus ist schlecht. Ja. Ja. Ich habe hier den Tun. Wir machen den Tun. Wir machen den Tun. Ja. Das hier geht nur raus. Ja. Das ist jetzt auch unser Navigationshandy. Ja. Okay. Wenn wir da mal in der Hand nehmen. Deswegen ranke ich nichts drüber. So. Ein bisschen hier leiser. So. Ich hoffe, das wird jetzt ein bisschen besser. Wir hatten ein bisschen, ja. Das ist auf jeden Fall, hier ist ziemlich viel los. Ihr könnt jetzt nach draußen schauen und seht nichts. Deswegen finde ich, wir sollten ein Schildungsmotiv wählen. Und das sind halt wir beide, Anni. Ach. Endlich. Endlich sind wir zu sehen. Ich habe schon die ganze Zeit drauf gewartet, muss ich sagen. Ähm. Anni, wir wollen ja nicht zwölf Stunden live gehen. Aber was machen wir denn jetzt? Nein. Weiß ich ja nicht. Also. Ich muss mal kurz hier gucken. Es gibt hier gerade eine riesengroße... Hier bleiben. Sind wir richtig? Ich muss euch mal hier wegdrücken. Wir haben hier doch die Navigation angehabt, oder? Ja. Wo ist ihr denn geblieben? Ich bleibe auf die 42. Ja. Und er sagt, in rund 80 Kilometern. Okay. Also bleibe ich auf die 42. Ja. Deswegen hat er auch nichts gesagt. Ja, okay. Aber es gab gerade hier irgendwie vier Abzweiger. Rechts, links, wasch und links. Und da wollte ich da kurz nochmal sicher gehen. Ja. Also die Belgier fahren auch gerne mal schnell. Hier. Wenn ich jetzt gerade feststelle. Ja, das ist ja noch richtig. Ja, es ist ungewöhnlich. Es ist für mich die erste Auslandsfahrt. Ja. Wahnsinn. Ja. Haben wir auch erst einmal gegoogeln müssen, wie wir überhaupt hier fahren dürfen. Maximalgeschwindigkeit. Ja, das wird vielleicht unser Vorteil sein. Oder wird ein Vorteil sein, dadurch, dass alle diese Geschwindigkeiten einhalten müssen. Wir fahren ja mit 16 Fahrzeugen. 18 insgesamt. 18 insgesamt. Ja. Was haben wir denn dabei? Kannst du dich daran erinnern? Wir haben einen Scuder Enyaq Coupé. Wir haben den Genesis dabei. Wir haben natürlich einen Ioniq dabei. Wir haben einen EOS dabei. Wir haben einen Cobra Born dabei. Wir haben Opel Corsa, Opel Safira, die Peugeot. Rifter. Rifter. E-Rifter. Genau. Und iWaze. iWaze, genau. Kia EV6 und Kia Niro EV. Ja. Das sind unsere Fahrzeuge, also von unserem Team, die Fahrzeuge. Dann haben wir noch mehr Fahrzeuge. Alles. Nee. Porsche. Porsche, selbstverständlich. Der Taycan ist dabei. Einige Fahrzeuge doppelt, ne? Also wir haben iWaze, glaube ich, einer mit einer Dachbox dabei. Ich muss bei englischen Uhr merken. Entschuldigung. Ich muss hier zwischendurch aufpassen, weil Eva ist ja live. Ja, alles gut. Dann haben wir, also iWaze sind glaube ich zwei dabei. Dann haben wir Genesis ist dabei. Den Corsa, den Safira. Haben wir irgendwo nicht so einen Teil. Wir haben hier eine App. Wir haben ja wieder ganz viele. Ach guck, wir haben hier sogar eine Liste. Das hier ist immer schön. Zwei iWaze, ein Citroën EC4 ist auch mit dabei. Ach, Fiat 500e. Liebe Grüße an Jens und Tarek. Ich weiß nicht, ob sie schon aufgestanden sind. Also Tarek wollte ja erst um 7 losfahren. Jens hat dann irgendwie gesagt, lass uns ein bisschen früher fahren. Ich weiß jetzt nicht, wer sich da durchgesetzt hat. Aber falls die beiden bei uns sind. Die werden mir schon heute auch ganz auf live gehen. Kann ich mir vorstellen. Ja. Also da haben die auch glaube ich vor, ne? Ja, bestimmt. Also die fahren mit dem Fiat 500e Icon. Ja. Fahren die also auch die gleiche. Die fahren alle die gleiche Strecke. Ja, den Genesis. Ach, wir haben ja auch noch einen Wasserstoff dabei. Ach, hab ich was vergessen. Ja. Weiß ich auch nicht, warum, ey. Bedrängt. Ja, Mitarbeiterin von Hyundai, ne? Ja. Das war Hyundai Nexo. Mit Wasserstoff dabei. Und Hyundai 5. Dann haben wir Saphira, Opel, Saphira, Opel Corsa schon genannt. Den Peugeot Air Star. Der hat mich echt überrascht. Ja. Der sah cool aus, ne? Also das ist, muss ich wirklich sagen, es ist ein kleines Campingmobil. Und da kannst du, hast relativ viel Stau haben. Du hast, ähm, gute Möglichkeiten. Ich glaube, diese Campingmodule werden von einer externen Firma dafür eingebaut. Also die machen das, die gehören sich darum. Und das war also sehr ausgereift. Also einmal das Dachzelt oben auf dem E-Rifter drauf. Genau. Eine Küche mit Induktionsplatte. Und noch alternativer Gas, äh, ein Gasbrenner dabei. Eine kleine Spülküche. Genau. Also das ganze glaube ich für 48.000, ne? Ja. War das so? 45 oder 48.000, voll ausgestattet fürs Camping. Ja. Das war schon cool. Das fand ich, das fand ich schon, äh, sehr ansprechend. Also ich finde es vor allen Dingen eine tolle Alternative. Wohnmobile sind ja oft sehr groß. Und du hast natürlich die Möglichkeiten, irgendwie so die klassischen Sprinter zu nehmen. Oder noch so Ducato, die sind alle schon immer sehr groß. Und das ist klein. Du guckst überall irgendwie, äh, in den Städten zurecht. Du kannst mit Sicherheit auf, auf kleinere, äh, oder auf Bergplätze fahren. Da gibt es ja heute auch schon wieder Begrenzungen mit. Das Auto darf nicht größer und höher als das und das sein. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Das ist eine gute Größe. Also ich stand erst davor und hab gedacht, naja, das ist aber sehr gedrungen, wenn man da drin sitzt. Aber dadurch, dass man das Dachzelt da hat und öffnet, ist also der Raum doch sehr groß. Also es ist vorhanden. Ja. Ein bisschen minimalistisch, aber für die, die es mögen, die können also wirklich tolle Erlebnisreisen da mitmachen. Ja. Und, äh, oben das Bett ist zwei Meter lang. Also auch da die größeren Heerschaften und noch größere Eingekugeln können super da drin. Ich frag mich nur immer, wie man da hochkommt. Das kann Katsch bringen. Ja, den Peugeot e2008 ist auch mit dabei. Porsche Taycan, Renault, Megane e-Tech. Die hab ich gestern gar nicht gesehen. Doch, ich hab einen gesehen. Also da hab ich gedacht, oh, ist der elektrisch. Ja, ist er. Cupra Born. Skoda Enya Coupé. In diesem coolen Grün, ja. Den, äh, David von, äh, Jan bleibt man gefahren. Ja, liebe Grüße an Jan von Ausfahrt TV. Der uns bestimmt auch guckt. Ja, ganz sicher. Ja, ja, ja. So was von. Genau. Aber ganz sicher hat er meinen Kanal abonniert. Bestimmt doppelt. So. Du musst hier mal online gehen. Dann haben wir, äh, den Volvo C40 ist auch wieder mit dabei. Und das waren sie eigentlich auch, die Fahrzeuge. Nichts außergewöhnlich jetzt. Was schön war, die waren gestern alle in Hilden. Das waren ja unsere, das war eigentlich auch toll. Du drückst mir irgendwie das Handy während der Fahrt in die Hand. Also das war jetzt verboten, das war jetzt hochgradig illegal. Da hab ich jetzt gar nichts drüber nachgedacht. Ich hab da echt nicht drüber nachgedacht. Ich wollte eigentlich nur dein Gesicht haben. Ja, ja, ja. Also wir waren in Hilden und, ähm, haben da einen tollen Tag verbracht. Eigentlich war dann schon, wir haben ja Filmaufnahmen gemacht, wir haben Interviews gegeben. Und, ähm, ich fahr hier viel zu langsam, fällt mir gerade auf. Ja, das ist, wenn man so als Quatsch kommt, ne? Mhm. Ja. Ich hoffe, hier sind auch alle da. Ich weiß nicht, ich kann... Wie viele sind denn online? Das kann ich... Neun. Neun. Habt ihr neun schon, äh, einen Daumen hoch gegeben? Ja. Ganz sicher. Das sind meine harten Fans, die also wirklich immer da sind. Okay. Und, äh, und Familie vermutlich. So, Bildhändchen, Ton, Bildhändchen. Ja. Ja, das sind so Sachen, die, ähm, nur um ganz kurz auf die Technik, das kann ich auch einstellen, dass also Kippen und Ton synchron sind, ne? Das hast du ja, vielleicht habt ihr das ja bei RobinTV auch schon mal häufiger erlebt, wenn man da drin steht und sowieso bei Live-Aufnahmen. Das Interessante, um auf das technische Gerät jetzt erstmal, ne? Morgens wollen gerne Mellertechnik hören. Okay. Das Interessante daran ist halt dieses, äh, dass es halt so ein mobiles Gerät ist, das gibt es noch gar nicht auf dem Markt. Eigentlich. Und eigentlich ist es aber schon da. Und, äh, das hat deswegen auch noch so ein paar Fehler in der Software. Das läuft alles über App und Mobile und so. Und ich kann hier zum Beispiel nicht den Chat verfolgen. Ja. Bezugabe wieder ein extra Gerät, um mich da einzulocken. Die Geräte, die damit kompatibel sind, die müssen im gleichen Hotspot sein. Man darf die eine App nie verlassen, dann wird der ganze Stream abgebrochen. Das ist so anstrengend. Das ist, aber ich soll es ja ausprobieren. Genau. Ja. Also das hört sich nicht unkomplizierter an, wenn ich das mal sagen darf. Ja, du hast ja auch gesehen, wie lange ich hier getötet habe, das Ding aufzubauen und ich hänge jetzt hier. Aber ich kann dann auch eben so Spielereien machen wie, ähm, könnte ich machen, wenn ich die richtigen Geräte hätte, dann hätten wir zum Beispiel unterwegs Fotos gemacht. Einer hätte Fotos gemacht, hätte mir die geschickt per Cloud und dann hätte ich sie direkt hier gehabt. Also direkt. Sprich, wenn wir an der Ladestation sind. Ja. Und solche Geschichten. Aber ich freue mich heute auf die 1000 Kilometer. Ihr habt ja die Fahrzeugliste euch natürlich gemerkt. Später gibt es noch ein Quiz dazu. Nein. Interessant finde ich, dass all diese Fahrzeuge... Chris? Ja, was? Ja. Was ist doch so eine... Ja, ne, ich finde das wichtig, dass die Community auch unterhalten wird. Ja. Also es ist früh morgens. Wir sind auf Berni so richtig wach. Ich bin hellwach. Ich bin Fahrerin. Ich bin hellwach. Ich muss sagen, ich bin hochkonzentriert. Ich bin natürlich hellwach. Aber ich brauche einen vernünftigen Kaffee. Das hätte ich auch gerne. Das wäre jetzt echt schön. Also falls ihr die Gelegenheit... Also ich würde jetzt hier einen nehmen. Oder sich da hingreifen. Ich weiß das gerade nicht. Schick doch mal ein paar Kaffee runter. Schick doch mal einen Kaffee. Genau. Der Kaffee wäre toll. Schokolade haben wir. Ja. Danke. Guck mal, es sind nur noch 360 Kilometer bis nach Paris. Hey! Fahre ich sowas? Ja. Wir haben so ein schönes Auto. Wir haben eine Ladekarte, die kostenfrei ist. Lass uns doch nach Paris fahren. Ja. Was sollen die denn sagen? Ich habe keine Ahnung. Würden wir jetzt einfach nach Paris weiterfahren? Also ich glaube nicht, dass das ein Tourist. Ja, genau. Hauptsache wir haben die 1.000 Kilometer. Geh nur zurück? Geht doch. Hast auch noch ein bisschen Schild. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Mit einem Taxi nach Paris. Arnie testet hier vielleicht für den E-Kenneball 2023 die neue Strecke aus. Wer weiß. Was? Keine Ahnung. Hm? Ich verrate nichts. Hast du vergessen? Ich versuche aber noch ganz viele Dinge rauszubekommen. Irgendwann versabelst du dich. Heute Abend haben wir ja noch so einen Cocktail-Abend. Ach so. Ja. Und du bist trinkfest und ich nicht, ne? Ich bin trinkfest. Ich weiß nicht, ob wir dich trinkfest. Ja, wir wissen gar nicht, ob unsere Ladekarten funktionieren. Ach, das war ja Wasserstoff. Gestern. Wasserstoff haben wir doch gestern geladen. Im Fastnet haben wir doch gestern geladen. Ach so, natürlich funktionieren die. Aber die Wasserstoff-Ladies haben, genau. Die haben erzählt, dass es für Wasserstoff hier ganz spezielle Tankstellen gibt. Mit ganz speziellen Bezahlmethoden. Da gibt es wohl irgendeine Karte, die man braucht. Also es soll wohl sehr viele Wasserstoff-Tankstellen geben. Aber nicht alle seien so unproblematisch zu bedienen. Die Zahlmethode. Du musst mit der richtigen Karte bezahlen, weil sonst wird es nicht freigeschaltet. So ähnlich habe ich das verstanden. Sprich, eine eigene Währung haben die dann noch wieder. Ja. Was ist deren Problem, Bastian? Obwohl, die müssen ja nur einmal packen. Ja. Also ich finde, das Problem besetzt ja schon da an, wo sie sich ein Wasserstoff-Auto in Bewegung setzen. Aber okay, naja. Ganz süß waren ja die Leute von Pujo, fand ich. Mit dem Tim, Tom, wie heißt der noch? Ein Regisseur, Tatortressur. Stefan Wagner. Stefan Wagner. Genau. Wir haben ja auch ein paar Promis an Bord. Also neben uns beiden haben wir auch noch ganz wichtige Personen mit in der ED1000, die da teilnehmen. Unter anderem Stefan Wagner, Tatort-Regisseur und Drehbuchautor. Genau. Und die beiden, also Fahrer, Beifahrer sind so dermaßen unbefleckt, die wollten aus Sicherheitsgründen, weil sie sich eben null auskennen, alle 100 Kilometer laden gehen. Wir waren denn hilfreich. Also wir konnten dann zielführend helfen. Ja. Und ich hoffe, wir wissen es jetzt nicht. Sie haben unsere Telefonnummer, falls irgendwas ist, sollen sie anrufen. Aber wir konnten ihnen gestern noch den Weg in die Elektromobilität etwas erhellen, würde ich sagen. Ja. Zumindest mit dem Fahrzeug, da haben sie wirklich, sie wollten alle 100 Kilometer oder 120 Kilometer laden. Nicht heizen. Kein Klima benutzen. Ja. Wobei sonst, sie kannte sich aus, aber war jetzt in dieser Situation, war es Neuland. Ja. Und Stefan glaube ich total Neuland. Ja. Ja. Ja, ich bin gespannt, ob wir die denn heute Abend antreffen werden. Ich auch bestimmt. Ich darf alle kommen. Alle kommen. Alle kommen. Alle kommen. Ja und dann bei uns im Kia E-Fiziksteam, da haben wir den Thomas Maximilian Held und den Thomas Bier-Wolf. Guck das nach. Thomas Bier-Sack. Bier-Sack war es. Okay. Genau. Der ist glaube ich von ADAC. Der ist von ADAC, der kümmert sich dort um Elektromobilität, hat auch ein paar Videos gemacht für den ADAC-Kanal und ja, ein netter Mann. Die sind alle nett. Alle nett. Also ich habe gestern keine unsympathischen Menschen getroffen. Nein. Gibt es nicht. Sind ausgestorben. Gott sei Dank. Unsympathische Menschen. Ja, da hatten wir ja gestern diesen Abend. Lecker Essen. Buffet. Wirklich doch super schön. War auch angenehm. Also Unterhaltungsrunde. Du merkst auch so, die Größe sind auch entscheidend dafür. Ja. Mit 18 Leuten kannst du natürlich ganz anders sprechen, als wenn du 140 hast. Ja. Ist so. Na? Ja. Ich würde aber jetzt mal sagen, ach hier guck, weil Sonntag ist. Schick ich euch nochmal ein Bild von mir. So. Einfach nur weil Sonntag ist und weil ich das Foto hier drin habe und ich muss hier ein bisschen rumtülen. Ach so. für den Cannonball. Und wir haben das eigentlich in den letzten Jahren auch so gemacht. Vielleicht ist die Besonderheit, dass jetzt Pfingsten dazwischen liegt und die Pfingstferien und viele dann sagen, boah wir schaffen das gar nicht, können das nicht und dann gibt es die Situation, dass diejenigen, die Autos haben, die noch in der Auslieferung sind, wie die Nissan Aria oder der Umbra Born, die sagt, wir wissen gar nicht, können wir uns bewerben und wir haben diesen Sonderfall geschaffen, dass wenn dein Auto zu dem genannten Zeitpunkt nicht da sein sollte, kannst du mit einem Ersatzfahrzeug kommen, das du eben vorher benannt hast. Also, dass da eben keine Lücke sozusagen entsteht. Ja. So und das wollten wir halt noch machen und das wollten wir der Community noch mitteilen, machen, weil das ja eine wichtige Entscheidung ist und ja, deswegen haben wir das Bewerbungsfeld so ein bisschen geöffnet. Das finde ich sehr nett, weil in den letzten Jahren natürlich ist es schön, wenn man eine super Modellvielfalt auf der Veranstaltung gesehen hat und dass man versucht, jedes Fahrzeug mitzunehmen, aber dadurch sind natürlich auch einige, gerade bei den Lieferschwierigkeiten, schaffen es nicht, ne? Ja, genau. Das ist ein Problem und betrifft ja nicht nur einen Herrscher, sondern wirklich alle mit der Zeit. Mittlerweile sind wir fast davon. Ja, genau. Und von daher wollten wir da gerne die Möglichkeit geben, dass wir denn doch noch solche Fahrzeuge bekommen und wenn sie denn da sind. Und ja, deswegen ist das, denke ich, eine ganz gute Maßnahme. Von daher, bewerbt euch. 20 Sekunden Video. Ich kann die letzten vier Jahre eigentlich nur bestätigen. Es hat immer mir mega Spaß gemacht mit meinem Bruder zusammen. Wir haben die Strecke auch, auch so wie hier. Das ist ja, als Teilnehmer ist ja alles, was bei der Veranstaltung drum herum passiert. So der Livestream, den ihr da macht und Parkfamilie, der da noch läuft, Nebensache. Wir sind ja tatsächlich eigentlich nur auf der Strecke und versuchen zu fahren und haben die Zeit für uns in der Veranstaltung. Ja. Und kriegen nur ganz beiläufig von der Veranstaltung selbst was mit. Also was tagsüber so läuft. Ja. Wir gucken ja, wir gucken auch immer in den Livestream rein. Wir gucken das Tracking an der anderen Fahrzeuge. Aber das ist doch, das sind so zwei Elemente. Als Teilnehmer bist du anders an der Veranstaltung als Zuschauer. Als Teilnehmer ist es natürlich einfach so, nimmst du teil. Und du hast eben noch ganz viele andere Sachen am Laufen. Weil du dich ja einfach kümmern musst. Du musst dich um Navigation kümmern. Du musst alles mögliche eigentlich machen. Ja. Und als Zuschauer kannst du dich einfach zurücklehnen und genießen und sagen, hey, cool. Ich guck mir mal an, was Team Sinclair gerade so macht. Ja. Ist so. Ja. Ja. Das finde ich immer, das finde ich so spannend daran, dass man auch dann sich gegebenenfalls, einige YouTuber sind ja mit dabei. Die sind dann vielleicht live unterwegs. Da könnt ihr dann zuschauen. Und du weißt schon, wer dabei ist? Ich rede aus den vergangenen Veranstaltungen. Kleiner Scherz. Ich weiß nicht, wer dabei ist. Ich weiß es nicht. Aber ich wollte auch noch assoziieren. Viele haben ja mittlerweile einen kleinen YouTube-Kanal. Ja, das stimmt. Und klar gibt es Abonnentengrenzen, die erreicht sein müssen, damit du überhaupt live gehen kannst. Mhm. Das ist so genau. Das ist auch gut so. Aber so ist schön. Du kannst die Teams, ihr schaltet ja vielleicht auch noch dieses Jahr rein in die Teams. Wir haben eine riesengroße Planung, was... Kauft auch jedem Team. Ähm. Ich muss jetzt hier mal gerade kurz sagen, wie ich das so fahren, dass wir nicht auf diesem weißen Streifen fahren müssen. Sonst... Es ist keine Melodiestraße. Nein, es ist keine Melodiestraße. Das ist eine schöne Idee. Also wir gehen auch selbstverständlich dieses Jahr wieder live und haben wieder viel Entertainment sozusagen dabei. Und ja, seid einfach gespannt. Ja. Und ich glaube, damit beenden wir jetzt auch diesen Stream. Okay. Wir kommen mit Sicherheit noch mal rein. Ich will noch ein bisschen das Setter ein bisschen bequemer auch. Durchorganisieren. Und mich endlich auch auf die Fahrt mit dir mal... Okay, super. ...anfangen. Das ist so. Jetzt bin ich auch zugestiegen. Also, deswegen guckt mal zwischendurch heute rein in meinen Kanal. Lasst ein Abo da. Dann könnt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung bekommen, wenn ich dann live gehe. Und dieses Synchronisierungsdefizit versuche ich auch noch hinzubekommen. Tschüss. Ciao. Jetzt ist ja noch die Frage... How to close? Sind wir offline? Ja. Kann ich mal...